Herzlich Willkommen zu einer weiteren Hunger Games Runde auf diesem Kanal und mit dabei ist der Paul Ja hallo Ah schon wieder den starken Band alter Kann man guten Abend eigentlich schon sagen oder? Ja Ich hab ne Holzschaufel Wenn du wüsstest dass ich habe Was denn? Was hast du? Ein Eisenschwert Oh nice Ach hier ist auch nix mehr Kann man nix mehr Ich glaub der will mich killen Ja los komm den klatschen wir gleich Ja ich warte deswegen So jetzt komm Ab in dir Geht doch So da Oh Mein Apfel Oh Hast du schon Ja ok gut Dann hatte ich gesagt wir laufen mal weiter Jo Ja auch gesagt Ah das ist die die allererste Aufpassen Falle Aufpassen Ach hier sind fallen Ja ja so kleine Löcher Oh das find ich Das find ich auch nicht schlecht Aber auch so Im allgemeinen Ich glaub das war eine der ersten Oder wenn nicht die allererste Hunger Games Map überhaupt Oh ich hab da keine Ahnung Das ist mein drittes oder viertes Hunger Games Spiel Ich hab schon einige gespielt aber Früher als Hunger Games halt grad rausgekommen ist Haben halt alle genau diese Map gespielt Und ja Deswegen glaub ich auch dass die erste oder wenn dann einer der ersten Maps ist Ich weiß meine kleine Schwester Die ist jetzt glaub ich Also ja sie ist jetzt 13 Die ich auch so für Minecraft und so begeistert habe Ähm ja sie spielt auch richtig extrem Hunger Games und so Sucht das richtig So gehört sich das Eigentlich wollte ich das Schweinchen Egal Egal Und eigentlich will ich jetzt Gegner suchen Ja ich bräuchte noch ein Schwert Dann ist es sicher Warte Warte hier hast du mal die Axt Die Axt hab ich ja schon Achso Okay Ja dann Ja die bringt da auch nichts Nicht viel Na stimmt auch wieder Aber besser ist gar nichts Jo Mann Eigentlich war das voll gemein Den gleich am Anfang zu töten Ja eigentlich schon aber Ich meine Der hat bestimmt zu seiner Mama gesagt Dass er noch ein Spiel spielt Und dass er dann ins Bett geht Und dann hat er sich so gefreut Und dann wird er getötet Warte Unter dir Okay ich wollte mal wissen was da passiert Wenn man auf die Druckplatte tritt Aber Anscheinend nicht Was Wir sind schon beim Ende der Arena Alter Schwede Na ja Ich hätte gesagt Wir laufen da einfach mal so ein bisschen rum Suchen uns die Gegner und schlachten halt Währenddessen auch Kühe und so weiter Damit die auch genug Essen haben Ja würde ich auch sagen Das ist auch besser als bei Rennschnitzel Dass du halt hier auch die Tiere hast Und immer abbauen kannst und so IP denke ich mal was wir unten rein posten Ja ja Mach ich So Ich laufe ja absichtlich so ein bisschen Äh weiter draußen Weil meistens verschanzen sich die ganzen Spieler draußen Okay da ist niemand Denken alle so wie wir Und irgendwie finden sie sich dann alle nicht Weil sie sich alle draußen verstecken Ja Da habe ich so Jedes Mal dasselbe Ich denke mir so Hä wo bist du Achso Brauchst du was zum Essen Ja es geht langsam los Oh Huhn Ach So Äh Hm Was ist hier irgendwie keinen Aber geil ist wenn wir irgendwie Thron finden würden Ja der eine hat gerade im Chat schon geflamed Dass der keine Thron findet Ja das mache ich an der Map nicht Die ist viel zu große Das ist einer Alter Ey das bin ich Ja du Ich konnte doch irgendwie nicht laufen Alter schon wieder Er leckt irgendwie übelst Ja Oh Ich nehme eine goldene Axt aber Nur eine goldene Stein ist aber besser Ja ich gucke ich nehme zwei Wenn ich voll Overpowered Achso ja Mein Fleisch Aber hat zumindest schon mal funktioniert Den ersten Gegner hätten wir Weiten Zeiten voll Am Anfang haben wir auch schon wieder ein bisschen So Warte kurz Gib mir mal ein Stück Fleisch noch Jo Gut Dann Äh Auf einmal da weiter Was ist denn da Jo Okay da ist nichts Aber es hat der da gemacht Da hätte man runter gehen können Okay Ey aber warte mal Hier war irgendwie eine Treppe gewesen Die nach unten führt Ja ja ich glaube aber eher dass es eine Falle ist Um ehrlich zu sein Ich glaube dass man Nee nee weil es war nicht so Es war kurz unten Und dann ist es ja sofort wieder raufgegangen Ah die Sonne ist so episch Dann ist es ja sofort wieder raufgegangen Und deswegen glaube ich dass es so ist Dass man zuerst reingehen soll Und dass hinter ihm dann der Piste wieder rauf geschossen wird Dass man nicht mehr raus kann Cool Ey wir tun ja mehr Tiere töten als irgendwelche Gegner Ja aber ich meine Ich meine So von dem will zumindest nichts Ich glaube da ist es vielleicht eine Truhe Meine Güte Nur eine Lederkappe Müssen wir Ja Ah du bist auch reingegangen Da bitte Lieg da oben Wir bräuchten noch ein Schwert für dich Das wäre perfekt Ja irgendwie schon Wir werden noch jemanden finden Der hier irgendwo Dich verschanzt und kämmt Ja Das Problem ist nur dass auf der anderen Seite Wasser ist Also hier ist die Insel Und auf der anderen Seite ist Wasser Und es ist immer so dass Irgendwie ein zwei Leute genau Diesen Wasser wegnehmen Und da schwimmt Da schwimmst du wirklich Ewigkeiten Außer du craftest dir halt ein Boot aber Ja mit welchem Holz Ja kann man ja da Wo bist du Wo bist du jetzt Da Ah da Das kann man eigentlich Ey eigentlich wollte ich Am Hof Das kann man Nee du kannst es da buchen Äh Eiskalt Ich hätte gesagt Wir gehen zum Spawn zurück Ja Weißt du warum Weil dort hat sich die Kiste wieder aufgefüllt werden Ist auf uns aber so Google Maps regelt Wo bist du ich sehe dich nicht Meine Güte ich bin weitergelaufen Hilfe Links Hinter dir Ah da Panik Boah ich kann mir das so richtig vorstellen wie geil das jetzt bei dir aussieht mit dem Shadern Wenn die Sonne so untergeht Oh ne Muss das sein Ich sehe gerade gar nichts Ich weiß ich sehe nichts Ja du kannst doch mit Optif ein Regen ausstellen oder Ja Ja ich habe jetzt auf den anderen Shadern genommen Schaut das alles so ein bisschen plastikmäßig aus hier Aber es ist so richtig nebelig schaut das aus Finde ich irgendwie auch auf der anderen Seite so ein bisschen cool Das ist immer witzkrasse mal wenn ich sage dass ich irgendwas schön finde Kommt irgendwie was schlechtes danach Ja Ich weiß ich will den Spawn finden Wir sollten hier vielleicht zu etwa da entlang laufen Ich glaube da ist Wasser oder Boah ich erkenne da nichts ich nehme keinen Shader Ok da war Wasser da ist wirklich Wasser Ja Ah da kommt der nicht mehr raus puh Mann das war ja wieder mal sehr klug gemacht von mir Ne Hm Nein Kacke Mist Deshalb wollten die alle zum Spawn anscheinend oder Ja ganz genau Und deswegen will ich auch zum Spawn Fuck 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 wo ist das Spawn nochmal gewesen Da vorne ist Zivilisation Aber hier scheint auch ne Hier wird auch ne Kiste sein oder Ah ne das ist ne Frans Spawn ist besser Ne Falle Ne Goldaxt und ne Apfel Ne Goldaxt und ne Apfel Sehle ich nicht Ja ich bin doch schon weiter gelaufen zum Spawn Aber ich kann die Kornaten sagen X ist minus 1640 Bist du am Spawn? Ich ring grad hin Ah ich seh das Licht glaub ich Fuck fuck wer hat's gefunden Hm Ich freu dich nicht zu früh Du Lulatsch Alter der hat volle Rüstung Echt Ne Wo bist du Wo bist du Welche Koordinaten sind das Warte ich seh nochmal zurück zu dir Dort wo wir es gesehen haben Warte Minus 1620 30 Und Z Minus 520 Mist jetzt bin ich in der Falle Alter du kommst nicht mehr raus Kommst du wieder raus oder nicht? Paul? Warte Sieht nicht so aus Scheiße Ja ok dann renne ich zurück Du musst irgendwie in Zahlen kommen hier oder so eingegeben werden Meine Güte Ja ok dann geh ich zurück Und stelle mich mal den Kampf Und hoffe dass ich auch gewinne So ok 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 Ich habe ihn glaube ich Ich habe ihn glaube ich Ich habe ihn glaube ich Nein 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 Alter bitte Okay, dann bedanke ich mich an der Stelle fürs Zuschauen. Haut rein, Leute. Ciao. Ciao.